Ja, hallo zu einem neuen Tutorial von Crease Gaming. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Kanone oder eine TNT-Kanone macht. Ja, das ist auch schon das gute Stück hier. Von oben sieht sie so aus. So sieht sie fertig aus. Ich zeige euch jetzt mal, wie man sie baut. Und, ja, dazu braucht man eigentlich nur so Half-Breaks, Wasser, Redstone, Obsidian, TNT natürlich, einen Knopf und, ja, das, nee, ja, einen Knopf und das war's. Man muss sieben Felder Obsidian, also ja, so eine siebener Reihe, Obsidian. Braucht man? Inzwischen kann ich grad noch was gucken. Okay. Das muss jetzt drei Felder breit werden. 1, 2, 3, 1, 3, äh, das ist hier genauso. So. So. So schlecht. Das muss ja noch weg. 1, nee, Moment, das sind 4. Da hab ich einen kleinen Fehler jetzt grad gemacht. Tut mir leid. So, so müsste dann der Anfang erstmal aussehen. Man kann das hier, wie man will. Entweder den Boden auch mit Obsidian auslegen oder nicht. Ich würde einfach mal alles mit Obsidian machen. Das ist einfach stabiler. Da muss man nicht immer alles wieder neu aufbauen. Dann legt ihr hier so eine, eine Mauer dahinter. So eine kleine Mauer. Und dann baut ihr hier, die rechte Seite von der TNT-Kanone, baut ihr noch so eine Etage hoch. Dies verliebt ihr dann mit Redstone. Einfach so. So, 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 so. Und das macht ihr auch auf der anderen Seite mit Redstone. Dass es dann später so aussieht. Hier muss ein Loch, äh, ein Loch sein. Und hier kommt der Half-Brick hin. Hier tut ihr dann Wasser rein. Und der Half-Brick verändert das Weiterlaufen des Wassers. So, das war's eigentlich auch schon. Jetzt braucht ihr hier nur noch eure Knöpfe. Da und da. Da wird jetzt hier so ein Signal aussendet. Und ja. Nun kommen wir dazu, wie man die TNT-Kanone beläht. Man tut hier, ganz wichtig, nicht in dieses Loch, sondern davor. TNT hier, da und dort. Dann platziert ihr hier noch ein TNT hin. Und schon ist das eigentlich schon fertig. Ihr könnt es ja gerade mal auslisten. Man muss hier mit anfangen. Wenn das Session vorbei ist, schießt ihr den. Und dann fliegt der. Das war jetzt kein so guter Flug. Ich kann es jetzt hier nochmal zeigen. Also, erstmal warten, bis ein kurzes Zwischen vorüber ist und dann den an den Knopf drücken. Ah, der war auch nicht so gut jetzt. Ich bin da außer Übung bei dem Schießen. Ich probiere es noch einmal. Ja, da kann man eigentlich auch ganz witzige Sachen mitmachen. Jetzt den. Ja. Habt ihr gesehen? Das war ziemlich hoch. Je später, desto höher fliegst dann. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr reingeschaltet habt. Ihr könnt ja noch, ja, Fragen stellen zu anderen Tutorials. Das würden wir dann gerne machen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.